Ein schönes Weihnachtsgeschenk! Und wie Sie alle wissen, steht die diesjährige Saison unter dem Motto Come to See! Und jetzt gibt es ein Video mit dem neuen Motto Das war für mich, würde ich sagen! Außer irgendwas von vorne schicken wir Das ganze Saison Ohaah! Ja! Kommt um zu sehen, kommt um zu sehen und sie spielt sich ein. Die, die gekommen sind, um gesehen zu werden. Und wir haben es gesehen in den Bildern, der Jubel, Trubel, Heiterkeit. In dieser Saison hat der VfL-Fillingsabend noch kein einziges Spiel verloren. Am vergangenen Wochenende gab es das Spiel in der Bundesliga, Glaris 3 zu 0. Und unter der Woche in Athen eine Glanzvorstellung. Sie war ähnlich gut wie eine Woche zuvor hier in der Arena. Da war der italienische Meister Piacenza zu Gast. Und auch da gab es ein 3 zu 0. Und für alle, die Champions League Luft stuppern wollen.